Wohlstandsneurotika Hier ist der Wohlstandsneurotika, der Podcast der Neuland-Rebellen und ich begrüße vollen Herzens und Überzeugung Anke Behrendt und zwar nicht als Gast, sondern als offizielles Mitglied unseres Teams, des Neuland-Rebellen-Teams. Hallo Anke Behrendt. Hallo Tom. Das ist schön, das ist doch ein geiles Gefühl, oder? Mega, das ist toll. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und da bist du auch noch eine Frau, ich kann ja mein Glück gar nicht fassen. Das ist ja Hammer. Und keine Quotenfrau bitte, ja? Nee, nee, nee. Du bist da so reingeschlittert sozusagen. Und ja, das freut mich sehr und das freut Robert und das freut Gerd und das möchte ich jetzt an dieser Stelle einfach mal sagen. Anke ist kein Gast, sondern Teammitglied. Ja, ich wäre ja, wenn auch, denn nur Gästin. Ist ja klar. Ja, Gäst. Ja, das machen wir ja nicht. So was, da haben wir keinen Bock drauf. Das machen wir nicht. Ja, wir sprechen heute über ein Thema, das ich jetzt noch gar nicht anschneide, sondern das machen wir gleich. Ich möchte erst mal einen kurzen Werbeblock einschieben sozusagen. Wer uns regelmäßig hört, hat mitbekommen, dass wir leichte Tonprobleme hatten zu Anfang und zwar mit Ankes Mikro. Anke, du warst gerade, wenn du gut drauf warst und mal gelacht hast. Das ist ja sehr schön, dass du das tust hin und wieder. Dann hatten wir Übersteuerungen, die so gar nicht schön sind. Und jetzt haben wir uns entschieden, also geht es ja nicht. Wir kaufen ihr jetzt einfach ein neues oder sie kauft sich ein neues und wir bezahlen das dann. Und das wiederum ist nur möglich, weil wir so großartige Unterstützer haben, die uns immer mal wieder Spenden zukommen lassen oder auch regelmäßig per Dauerauftrag oder Steady oder eben auch Einmalzahlung. Und ja, das möchte ich einfach mal sagen an der Stelle. Ihr fragt euch vielleicht, was machen die mit dem Geld? Versaufen die das oder so? Also machen wir natürlich auch, ist klar. Aber wir kaufen dann zwischendurch eben auch zum Beispiel mal neue Mikrofone oder rüsten uns anderweitig aus, auf, um, wie auch immer. Ja, das war der Werbeblock und jetzt hören wir mal rein in ein kleines, kurzes Video beziehungsweise als Audio gibt es das auch, das ich gemacht habe kürzlich und wir zeichnen auf am 10.06. Am 10.06. ist auch dieses Video rausgekommen. Das heißt, wir haben uns extrem spontan miteinander verabredet, um nochmal das Thema ein bisschen zu vertiefen. Wir hören uns jetzt einfach mal an, um was es in diesem Video-Audio geht und dann sprechen wir gleich drüber. Also, los geht's. Ich bin da über was gestolpert. Das verstehe ich nicht so ganz. Vielleicht kann ich da mal ein bisschen Hilfe kriegen. Und geiles Wetter. Also, ab in die Berge. Stopp. Auch wenn es so scheint, nicht jeder hat so leicht Zugang zum Outdoor-Sport. Immer wenn ich zum Beispiel wandern gehe, bin ich eigentlich die einzige schwarze Person auf dem Weg. Der Outdoor-Sport ist dominiert von weißen Menschen und nicht jeder fühlt sich dort wohl. Ja, richtig. Der Outdoor-Sport ist dominiert von weißen Menschen. Und der Bäckerei-Besuch ist dominiert von weißen Menschen. Rammstein-Konzerte sind dominiert von weißen Menschen. Der Bundestag ist dominiert von weißen Menschen. Wärmepumpenmeerstelle sind dominiert von weißen Menschen. Fahrschulen sind dominiert von weißen Menschen. Kaffee, Tassen, Toaster, Einpackhilfen, Toast, Brote, Waschsalon, Schwarzlichtlampen, blaue Lagunen, gelbe Warnwesten, grüne Blätter, rote Beete, braune Nazis, weiße Schokolade, die graue Theorie. Die Radwege, Tennisplätze, SM-Hotels, Briefmarkensammler, Rollschuhfahrer, Rollstuhlfahrer, Freeclimber, Teeläden, Sockenpuppen, Heidi, Peter, die Hitparade, A-Hörnchen, B-Hörnchen, Brötchen, Parkscheinautomaten, E-Mail, Postfächer, Hauskatzen, Sonnenschirme, Schneeschieber, Atomkraftwerke, Reggae-Bands, nein, die nicht mehr, das verbunden worden, Profikiller, Geldwäscher, Profifäscher, Geldkiller, Komposthaufen, Leergutautomaten und natürlich in aller erster Linie Weißwurstfabrikanten. Ich möchte aber als Diskussionsgrundlage sozusagen mal anmerken, dass es in Deutschland, im besten Deutschland aller Zeiten, so ungefähr eine Million Schwarz People of Color gibt. Leggy Anteil bei 50 Prozent aller Einwohner, könnte man das ja irgendwie diskutieren. Aber wie soll das gehen, dass Outdoor-Sport und die paar anderen Dinge, die ich eben aufgezählt habe, nicht von weißen Menschen dominiert wird? Ich meine, wie soll das gehen, ganz praktisch? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, dominierende weiße Menschen, Menschen, die alles Mögliche dominieren. Anke? Ja, ich natürlich als erstes dachte ich mir, okay, das ist wieder so ein typisches Attention-Seeking und man sucht sich da auf der Opferkarte sozusagen. Warte mal, warte mal, was ist das? Was ist das? Das musst du vielleicht erklären. Ah, das ist, Attention-Seeking ist, ja, Ringen um Aufmerksamkeit. Also ein bisschen so ein narzisstisches Game. Ich bin hier das Opfer und auf der Opferkarte sozusagen mal nicht in den Wald fahren. Ja, beziehungsweise sie will ja in die Berge gehen. Sie will ja, genau. Genau, und also ich meine, ich habe das Ganze ja ziemlich überspitzt dargestellt und das war sozusagen der Versuch, das satirisch zu verarbeiten. Kann man jetzt darüber streiten, ob es gut oder nicht gut gewesen ist, aber Fakt ist natürlich, die Frage am Ende, die ich stelle, was machen wir da mit dieser Situation, die war durchaus ernst gemeint. Denn ich meine, vielleicht mal ganz kurz, ich habe mal so geguckt, also ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen stimmen, aber ob es jetzt irgendwie mehr oder weniger sind, ist auch nicht so entscheidend. Also ich habe recherchiert, dass es in Deutschland ungefähr eine Million Schwarze gibt, sage ich jetzt mal so. Nicht People of Color, meinetwegen, könnt ihr alle gern draußen dran denken oder so, aber ich sage jetzt einfach Schwarze. Also eine Million Schwarze gegenüber um und bei 82, 83 Millionen Bevölkerung so insgesamt. Die sind ja auch nicht alle weiß, sondern die haben dann ja auch verschiedene Schattierungen noch und so. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also wie soll man jetzt das Bergwandern so gestalten, dass dieses Mädel das Gefühl hat, sich dort wohlzufühlen? Ja, kann man nicht. Also man hat keine Chance, nee, weil es da ja darum gar nicht geht. Also man muss sehen, in diesen Gruppen, in diesen Boken, Gruppen von Jugendlichen, die sich auf multiple Art und Weise benachteiligt fühlen, kannst du gar nichts machen. Also es geht ja da auch gar nicht darum, dass sie wirklich in die Berge will, sonst könnte sie ja ihre Peers nehmen und mit denen losgehen. Ja, wäre ja egal. Aber das will sie ja gar nicht. Sie will mit so einer höchstgradig provokanten Art und Weise im Internet Fame erlangen. Und das gelingt ihr ja auch, weil je mehr und je gaga, je mehr gaga so eine Aussage ist, umso mehr wird sie durch alle Kanäle gepusht und man regt sich drüber auf. Es gibt etliche Videos schon. Sie ist bei Twitter, ist es hoch runtergegangen und etliche Reaction-Videos. Und darum geht es letztendlich. Das Mädel will gar nicht im Wald. Weil wenn sie es wollte, ey, nimm deinen fucking Rucksack und geh in den Wald, egal wer da ist. Ja. Also in einem Land, wo du 1 zu 83 oder 1 zu 80 nicht deine Hautfarbe antriffst, ist das normal. Da kannst du nicht mit 18 oder wie alt sie jetzt sein mag, kommen und sagen, ups, hier sind ja überall Weiße. Das ist wahrscheinlich schon ihr ganzes Leben lang so. Also was hat sie denn sonst gemacht? Sie kann doch auch Leute nehmen, die sie kennt, die auch schwarz sind oder ihre Freundinnen, keine Ahnung, mit denen. Aber darum geht es nicht. Es geht einfach darum, auf die Kacke zu hauen und mit einer provokanten Aussage Reichweite zu machen. Das ist der Punkt. Okay. Das heißt aber, wenn ich jetzt mal versuche, mich jetzt so ernsthaft wie möglich in ihren Kopf hinein zu versetzen, dann frage ich mich, ob sie, als sie das Video gemacht hat, tatsächlich natürlich, also normalerweise würde ich sagen, natürlich wusste, dass es keine Lösung für dieses Problem gibt oder, und da wird es für mich interessant, ob sie tatsächlich mit diesem Video erreichen wollte, dass diese Situation in welcher Form auch immer irgendwie verändert wird. Also ich frage mich halt, will sie wirklich mit diesem Beispiel oder in diesem Bereich, weil sie so wahnsinnig gerne auf Berge klettert oder durch den Wald läuft und da mehr schwarze Leute sehen will, will sie wirklich erreichen, dass da irgendwas auch immer, das dann sein mag, jetzt in die Wege geleitet wird oder geht es wirklich nur um Klicks und um Aufmerksamkeit? So als bewusste Entscheidung. Verstehst du meine Fragestellung? Ja, ja, verstehe ich. Also es kann schon sein, das kann ich natürlich nicht genau nachvollziehen. Es kann schon sein, dass sie das als Problem sieht, dass sie irgendwie gelöst haben will, aber sie bringt ja auch nichts vor. Das kann ja jeder verstehen, wenn man sagt, du pass mal auf, ich will so und so nicht genannt werden oder ich will nicht immer gefragt werden, wo ich herkomme. Da könnte man jetzt noch sagen, ja, okay. Also man kann es natürlich relativieren und sagen, ja, ich werde auch ständig gefragt, wo ich herkomme. Und da habe ich sogar einen Punkt, weil ich werde nicht nur gefragt, ob ich aus Berlin komme, da würde ich ja noch sagen, haha, Überraschung, hast du es gehört? Aber ich werde zum Beispiel auch oft gefragt, ob ich aus Ost oder West komme. Und dann denke ich schon an der Stelle, sage ich immer, ich komme aus Mitte oder aus Prenzlauer Berg oder so. Mitte Berlin ist auch schön, ja. Ja, genau, reiste Berlin. Auf der Mauer sozusagen. Genau, und da ist natürlich dann immer die Frage, was interessiert jemanden nach 33 Jahren nach der Maueröffnung noch, ob jemand aus Ost oder West kommt? Was will man da über eine Person erfahren? Was erwartet man da an Neuigkeiten, die man, oder an Informationen über eine Person? Das können ja eigentlich nur Vorurteile sein, die man da sozusagen aufrufen will und deswegen beantworte ich das nicht. Genau, aber jetzt könnte ich natürlich die Frage, weißt du, wie die, zwei Fragen, erstmal, weißt du, wie die heißt? Ich weiß es nicht. Das Mädel da aus dem Video? Ja. Nee. Na gut, nennen wir sie jetzt mal Lena, so als Arbeitsname sozusagen. Jetzt könnte ich natürlich Lena fragen. Achso, ich habe das, ich weiß auch nicht, das ist auch noch ganz wichtig, ich weiß nicht, ob ich jetzt überhaupt das ganze Video gesehen habe. Ich habe auch nur geguckt. Das ist der Ausschnitt, das ist der Ausschnitt, den ich gefunden habe oder der mir über den Weg gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht noch eine längere Fassung gibt, wo sie dann sogar Lösungsmöglichkeiten anbietet oder so. Naja gut, aber es gibt ja, das ist ja ein Muster, was sie da macht oder sagen wir mal, sie ist ja, das ist ja schon so ein Genre geworden, dass man irgendwie eine Mehrheit, die Heterosexuellen, die Weißen, die Männer, irgendwelcher Sachen bezichtigt, wo man schon sagen kann, ja, okay, es gibt davon einen wahren Kern. Also natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Heterosexuellität ist die Norm, dann kann man schon sagen, ja klar, es sind ja auch die meisten. Also es ist jetzt nicht eine Norm im Sinne von eine DIN-Norm, es ist keine Vorschrift, aber es sind die meisten und da gibt es natürlich dann schon einen gewissen normativen Druck, dass man sagt, okay, wenn es die meisten sind, dann fühlt man sich als, wenn man nicht heterosexuell ist, als Außenseiter. Das kann schon sein, wenn man nicht das Standing hat, selber zu sagen, naja gut, bin ich halt ein Außenseiter, das ist dann so. Ja gut, ist ja auch immer die Frage der Bewertung, also Außenseiter kann man ja auch wertfrei sagen. Ganz genau. Oder sogar positiv werden. Also wenn ich mir zum Beispiel die politischen Entscheidungsträger in unserem Land angucke und sehe, wie die agieren, wie die argumentieren, kommunizieren, dann würde ich sagen, da bin ich aber sowas von Außenseiter und da bin ich aber sowas von froh drum. Absolut. Also von daher, ja, Außenseiter, klar, ist die Frage, ob es schon von vornherein negativ konnotiert ist oder eben nicht. Aber ich würde tatsächlich Lena gerne fragen wollen, ja Lena, wie stellst du dir das jetzt vor, was kann man denn jetzt machen? Und ich bin mir relativ, oder ich bin mir ziemlich sicher, ich bin mir sehr sicher, ich lege mich da jetzt einfach mal fest, dass sie darauf natürlich keine Antwort hat, weil es keine Antwort gibt. Und damit kommen wir zum nächsten Problem, denn, aber du hast gerade eingeatmet, vielleicht sagst du nochmal. Ja, die Antwort kommt dann immer, dass die Weißen oder die Heteros oder die Männer oder wer auch immer da jetzt gerade bezichtigt wird, privilegiert sind und die müssen ihre Privilegien checken. Kannst du jetzt natürlich sagen, okay, ja, ich habe sie gecheckt. Da ist natürlich das Problem, was das Mädel empfindet, überhaupt nicht gelöst. Weil im Grunde kann sie an der Situation, dass sie einer Minderheit angehört, ja jetzt hier in Deutschland erstmal nichts ändern. Richtig. Und auch die Mehrheit, also sie lässt einen ja da hilflos zurück, weil wir können jetzt ja auch nicht sagen, na okay, dann ey, pass auf, dann gehen wir jetzt auch nicht mehr in den Wald, dann kannst du alleine sein. Weil das ist ja jetzt nicht die Nummer, ja, also im Grunde ist das so ein Moralding, ja. Also sie hat erstmal als Minderheit, als sie sich empfindet, als marginalisiert, als dass sie sich empfindet und als Schwarze, wo sie Rassismus für sich reklamieren kann. Denn das basiert aber natürlich auf, sagen wir mal, auf einem Leiden oder auf Leiden, die tatsächlich passiert sind, aber nicht ihr. Sondern sie beruft sich da auf das Leiden ihrer Vorfahren, die nicht in diesem Land hier passiert sind, wo wir nicht als die jetzigen existierenden Menschen nicht die Täter sind und sie als auch nicht existierendes Opfer. Das heißt, die Sachen, sie beruft sich auf eine Vergangenheit und will quasi von uns moralisch Reparationen dafür haben, die können wir ihr aber gar nicht geben, weil sie nicht das Opfer ist, weil sie diese Leiden nicht erfahren hat. Sie hat daraus vielleicht resultierende Nachteile, das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber wir sind dafür weder verantwortlich, noch können wir dafür Reparationen anbieten, weil wir können das nicht ungeschehen machen. Und auch wenn wir ihr jetzt Vorteile einräumen oder wir würden sagen, gut, okay, dann geben wir dir irgendwas als Ausgleich, wird es das ja nicht ausgleichen, weil das Leid, was da passiert ist mit der Sklaverei und dem Rassismus und so weiter, das können wir nicht ungeschehen machen und auch nicht ungeschehen machen an ihr. Ja, abgesehen davon fordert sie ja, also nicht konkret, aber ja indirekt durch dieses Video, fordert sie ja eine Reparatur, einen Ausgleich, eine Korrektur, wie auch immer, in einem Thema, in dem das ja gar nicht möglich ist. Ja, genau. Oder deiner Argumentation folgend, könnte man dann sagen, okay, wir sprechen jetzt hier über konkrete Vorfälle, die zwar lange zurückliegen, aber über deren Ausgleich man durchaus diskutieren kann. Das ist ja im Prinzip durchaus vergleichbar mit Polen, die jetzt wieder Reparationszahlungen eingefordert haben. Und ich habe mich damit so ein bisschen beschäftigt mit dem Thema und auch wenn angeblich die Rechtslage da ziemlich klar sein soll, ist sie das unterm Strich dann eben doch nicht, weil eben sie ja auch bei den Verhandlungen nach dem Krieg nicht dabei waren, ausgeschlossen wurden, weil nach dem Zweiten Weltkrieg dann eben auch noch viele Nazis mit dabei waren, um diese ganzen Fälle zu verhandeln. Und darüber hinaus, Polen eben mehr oder weniger eigentlich immer so ein bisschen von den Siegermächten in die Situation gebracht wurde, ja jetzt ist auch mal gut und jetzt gib mal Ruhe und dann hat Polen auch Ruhe gegeben. Aber so richtig glatt war das Ganze eigentlich nicht, ohne das Thema jetzt vertiefen zu wollen. Aber da geht es also um eine konkrete Reparatur. Und ja, jetzt haben wir hier die Bergsteiger-Geschichte und ich denke so, warum machst du denn das? Ist es wirklich nur die Aufmerksamkeit? Das wäre ja echt zu und zu infantil, oder nicht? Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube schon, dass die Leute das tatsächlich so glauben. Das wird ja seit Jahren in diesen Kreisen so erzählt, dass du eben mit deiner Identität, welche Identität du auch immer hast, privilegiert bist oder auch nicht. Und wenn du nicht privilegiert bist, dann hast du Ansprüche. Und seien es nur ideelle Ansprüche, also Ansprüche auf Aufmerksamkeit, Mitleid, Support, keine Ahnung. Entschuldigung, also die Reparationszahlung ist die Aufmerksamkeit und das Verständnis im besten Fall, oder wie? Also so oberflächlich gesagt erstmal ja. Aber wenn man jetzt sagen würde, okay, da gibt es jetzt auch Leistungen oder Sachleistungen oder sonst was, wenn das so wäre, dann würde man jetzt natürlich nicht sagen, nee, das nehmen wir nicht oder so. Aber erstmal ist es natürlich die Aufmerksamkeitsnummer, Forderungen zu stellen, ins Rampenlicht zu gelangen, sowas. Das ist schon so ein Muster, was ich seit einigen Jahren in diesen Diskursen beobachte. Und die angeblich Privilegierten haben natürlich dann auch ein schlechtes Gewissen und gehen drauf ein. Es ist sehr schwer in diesen Kreisen, merkst du, dass sich keiner traut zu sagen, halt stopp mal, jetzt ist aber mal gut. Also bis hierhin nur nicht weiter. Wir sind mit dem Problem d'accord, dass es benachteiligte Benachteiligungen gibt, dass es Schwierigkeiten gibt im Leben. Die können wir dir aber nicht alle aus dem Weg räumen. Ein Stück weit musst du auch selber mit klarkommen. Und das sagt keiner. Wir haben es im Grunde, ist das so eine Bewegung. Diese Identitätspolitik ist wie dieses Märchen Fischer und Siebenfruh, wenn du das kennst. Also ja, kenn ich. Weißt du? Und man will noch was und man will noch was und es gibt kein Ende der Forderungen. Und deswegen läuft es dann so ins Absurde, wie dieses mit diesem Wandern. Wir könnten ja jetzt genauso, was du in dem Video hattest, ja, Briefmarkensammler sind auch alles alte weiße Männer. Da fühle ich mich beim Briefmarkensammeln nicht wohl. Das ist ja völlig absurd. Würde man sagen, ey, setz dich einfach hin und sammel verdammt nochmal Briefmarken. Ey, wen interessiert dabei deine Hautfarbe? Wen interessiert deine Hautfarbe, wenn du in den Wald gehst? Ja. Ey, keinen, ja. Da gibt es sicher andere Sachen, dass man vielleicht allein nicht in den Wald geht. Verstehe ich auch. Ich gehe auch nicht allein in den Wald. Aber ey, nimm deine Kumpels und geh mit ihnen in den Wald und gut. Ja, da werden Probleme erfunden, die eigentlich so für uns keine sind. Aber man bekommt dann dort in diesen Kreisen eben Credibility und Aufmerksamkeit. Und yay, da hat wieder jemand eine Diskriminierung entdeckt. Das ist erstmal so dieses Gruppending innerhalb dieser Bewegung, dass man dort zu Standing kommt, wenn man solche Sachen anprangert. Ja, ich meine, das Tückische ist natürlich auch in dem Fall, ja, eben die Tatsache, dass es keine Lösung gibt, verstärkt natürlich das schlechte Gewissen derer, die jetzt glauben. Eigentlich müsste man der armen Frau helfen. Aber wie sollen wir denn das tun? Es geht ja gar nicht. Und mein Gott, wir sind aber auch schrecklich, wir weißen. Allerdings widerspreche ich dir trotzdem mit einem Punkt, dass sozusagen keiner was dagegen sagt. Jetzt ist es natürlich immer so ein bisschen mit den Geistern, die man rief. Und das könnte man mir zum Vorwurf machen, dass ich jetzt dadurch, dass ich dieses Video gemacht habe, Geister gerufen habe. Und das möchte ich mal belegen anhand von ein paar Kommentaren, die ich vorlese, die dann natürlich sogar eher das Problem verschärfen, beziehungsweise weniger jetzt ein schlechtes Gewissen und daraus resultierend dann eben größtmögliche Solidarität, Verständnis und so weiter erzeugen, sondern eben durchaus in die andere Richtung gehen können. Einer hat zum Beispiel kommentiert, ich wollte auch zum Sozialamt gehen, aber leider fühle ich mich dort als Weißer noch nicht wohl. Das ist natürlich, ja, was haben wir denn hier noch? Entschuldigung. Der Wahn, ja, ich meine. Der kann ja nicht lachen wegen meinem Ton, weißt du. Ja, deswegen, du brauchst ein Mikro, damit du vernünftig lachen kannst. Der Wahnsinn hat uns im Griff. Ich frage mich, ob diese Sprecherin denkt oder den hirnlosen Text nur aussagt. Selbst für Geld ist das zu blöd. Und ja, es gibt durchaus, ich glaube, hier auf Twitter kann ich nochmal gucken, da gab es auch einen Kommentar. Da schreibt einer, ach Göttchen, okay, die Ärmste werde als männlicher Weißer ab jetzt auf das Wandern verzichten. Also da kommen natürlich dann die um die Ecke. Das geht ja schließlich nicht, dass nur Weiße wandern gehen. Ich hoffe, ich kann mit dieser Nachricht auch andere inspirieren. Seid gefälligst solidarisch. Also der Punkt ist halt, worauf ich hinaus will, ist, dass man natürlich diejenigen, die man sozusagen damit greifen kann, die dann ein schlechtes Gewissen kriegen und jetzt selbstkritisch mit sich ins Gericht gehen und sich fragen, wie man das denn jetzt ändern kann. Und das ist ja eine schreckliche Situation. Das sind die einen. Die anderen sind aber eben die, und das hat ja auch dieser ganze Wokeness überhaupt zur Folge. Die anderen sind eben die, die sagen, sag mal, geht's noch oder was? Ganz genau. Jetzt erst recht. Ganz genau. Das merke ich bei mir eben auch. Also gerade vorhin wieder im Auto, wieder dieses Binnen-I oder was das ist, irgendwie JournalistInnen und FachleutInnen und was da so alles. Ich saß im Auto und habe wirklich einen richtigen Hals gekriegt. Und ich dachte so, er könnte nicht mal aufhören mit dieser Scheiße. Ja, ja. Soll jeder machen können. Aber warum muss das im öffentlich-rechtlichen Radio denn passieren? Irgendwie, es war in der Info. Und dementsprechend ist dieses Woke ist eigentlich in beide Richtungen destruktiv. Natürlich. In die Richtung derer, die dafür Verständnis haben und versuchen, ihr Verhalten anzupassen und jetzt alles besser zu machen und nicht mehr zu diskriminieren. Auch nicht aus Versehen oder weil man es irgendwie nicht besser weiß. Geht ja auch irgendwie. Sondern die wirklich alles versuchen besser zu machen. Die sind im Prinzip verloren, weil sie das niemals schaffen können. Genau. Und dann gibt es auf der anderen Seite die, da würde ich jetzt mich dazu zählen und dich im Grunde genommen auch, die sagen, Geht weg mit eurem Scheiß. Ich habe da keinen Bock drauf. Und dann fragt man sich natürlich unterm Strich, okay, was kann eigentlich dahinter stecken? Dahinter kann eigentlich nur ein Spaltungswunsch stecken. Ja, absolut. Das ist die absolute Polarisierung der Gesellschaft. Da geht es überhaupt nicht drum. Und sie macht das auch nicht, um uns zu überzeugen. Also das darf man, glaube ich, auch nicht falsch verstehen. Die macht das. Viele von diesen Leuten, die so unterwegs sind, so provokant unterwegs sind, und das gilt auch für erstaunlicherweise oder nicht erstaunlicherweise, auch für viele Leute, die auf unserer Seite, auf der Kritikerseite unterwegs sind. Viele, die so provokant unterwegs sind, glauben, dass sie in richtigen Blockbuster gelandet haben, je mehr Leute ihnen widersprechen. Also wenn du auf Twitter einen Tweet machst, der richtig aggro ist oder richtig, auch low, richtig unter die Gürtellinie geht und wo also Intellekt oder Geist oder sonst was nur in homöopathischen Dosen drin ist und alle können grölen, ja, das finden wir auch. Dann kriegst du darauf vielleicht 1.000 Likes oder 5.000 Likes und sagst ja, ey, guck mal hier, läuft super. So, was hast du damit erreicht? Gar nichts. Also im Grunde hast du nur Schreihälse angelockt. Und die Leute, wo du sonst immer vorgibst, die müsstest du überzeugen, weil es kann ja nicht sein, dass die so Punkt, 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 wie auch immer, die hast du natürlich überhaupt nicht überzeugt, weil die denken sich ja, schau dir das mal an, was das für Primitivlinge sind. Und dann stehen letztendlich, haben wir es jetzt schon, sind wir schon an der Stelle, wo zwei Lager gegenüberstehen, gegenseitig mit Fingern aufeinander zeigen und sagen, guck dir mal die Primitivlinge an. Und mit solchen Postings schadet die natürlich erstmal ihre Gruppe um sich. Die sagen sich, ja, guck mal hier, toll, hast du noch recht. Und die anderen sagen, Mensch, es sind die blöd. Und da soll es überhaupt nicht darum gehen. Es geht überhaupt nicht um irgendeine Lösung oder sowas, sondern es geht rein um Polarisierung und Selbstaufwertung, so moralische, ja, moralischen Kreiswegs ist so. Hm, ja, naja, die letzte Generation ist im Prinzip, geht auch in die Richtung, aber ich dachte jetzt gerade, das ist, glaube ich, dann doch noch eher ein etwas anderer Bereich, aber das Prinzip ist ähnlich. Diese ganze, diese ganze Rammstein-Geschichte, also die Band jetzt, ne? Also meiner Meinung nach wäre es viel wichtiger, über Rammstein zu sprechen, weil nämlich jetzt am Montag eher Defender losgeht und weil wir als Deutschland sowieso, wenn das Ganze hier weiter eskaliert und im Moment sieht es danach aus, Drehscheibe für einen heißen Krieg, das muss kein Weltkrieg sein, aber es kann ein weißer, ein heißer, jetzt habe ich weißer gesagt, ach, das ist Tom. Also, es kann auf einen heißen Krieg hinauslaufen und in dem Fall wäre Deutschland tatsächlich sozusagen das Zentrum des Urknalls, wenn man so will. Von daher würde ich es wichtiger finden, über dieses Rammstein zu sprechen, aber stattdessen wurde jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei Wochen lang oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger darüber diskutiert, ob jetzt Till Lindemann irgendwelche Mädels zum Sex gezwungen hat oder nicht und wenn wie und wenn nicht, wie nicht und ob es nicht trotzdem verwerflich ist und so. Also, es sind ja unglaublich viele Fragen, die man da stellen kann. Ich habe mich dann irgendwann ausgeklingt, weil ich mir so dachte, was soll der Schwachsinn? Also, ich meine klar, ich habe es durchaus verfolgt, dann häufig eben auch als passiver Zuschauer und habe gesehen, dass also wirklich da die Leute miteinander umgegangen sind, pro und kontra Lindemann irgendwie, also beide Seiten gleichermaßen im Prinzip, dass ich wirklich dachte, ey, wozu das Ganze? Also, lass das doch im Zweifel, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, lass das ein Gericht klären und das war es. Ja, ganz genau, ganz genau. Ist mir auch passiert, also die Diskussion habe ich auch geführt und es war ganz interessant, dass eben, dass ich so empfunden habe, weil natürlich bist du, wenn du ein Geschlecht hast, das hast du ja auch. Ja, das würde ich ja doch. In den letzten drei Jahren haben sich eben diese Polaritäten der Gesellschaft nochmal, in meinen Augen nochmal, doch nochmal ist sehr, sehr zugenommen und sozusagen der Wille, die andere Sicht einzunehmen, ist sehr in den Keller gegangen. Das war vorher schon relativ schlecht oder man hatte wenig Lust drauf. Es ist noch viel weniger die Bereitschaft dazu da. Es wurde immer platter, immer bösartiger und immer aggressiver. Kategorischer. Kategorischer, genau. Auch natürlich, völlig klar, auch der Tatsache geschuldet, dass du auf Twitter, du kannst nicht differenzieren. Du schreibst vielleicht einen differenzierten Artikel. Du kannst ja jetzt auch mehr schreiben. Man kann ja als Blauhaken, also als abonnierter Account relativ viel Text schreiben, aber du kriegst darauf eben nur kurze Antworten, die auch meistens relativ low sind. Wie willst du denn darauf antworten? Da kannst du nicht wieder mit einem differenzierten Ding antworten, sondern man schlägt dann einfach wieder drauf oder man lässt es einfach. Ich bin inzwischen bei der Strategie, es einfach zu lassen. Ja, also wir auch. Also wenn wir, wenn wir was tweeten, zwitschern, wie sagt man, posten, was auch immer. Und da kommen dann abgrundtiefe Kommentare, die dann tatsächlich so low sind, wie du es eben genannt hast. Da machen wir nichts mehr mit im Prinzip. Es bringt nichts, weil man lässt sich dann nur reinziehen in diese Dynamik, wo es sowieso zu keiner Verständigung kommt, weil man sich nur Parolen an den Kopf wirft und es nur darum geht, die eigene Sicht quasi noch schärfer darzustellen. Und ja, das ist ganz interessant insofern, als dass, wenn wir das mal machen, also das machen ja hauptsächlich Roberto und ich, die Twitter-Geschichten, wenn wir das dann tatsächlich mal machen, dann verfahren wir tatsächlich genauso wie unsere Kontrahenten. Also das muss ich jetzt mal selbstkritisch anmerken sozusagen. Wenn jemand sagt irgendwie, du wirst doch sowieso aus Moskau bezahlt, wenn ich irgendwas zum Ukraine-Krieg schreibe oder so, dann konter ich dann auch gern mal mit irgendwie, ja Gott, Leute wie du haben Hitler erst möglich gemacht oder irgendwie sowas. Und das ist natürlich auch nicht differenziert und das ist auch überhaupt nicht auf Austausch angelegt. In dem Moment ist mir das dann auch klar. Auf der anderen Seite denke ich, ja, ich sollte es vielleicht besser lassen, weil was bringt es? Also, und du hast schon recht. Ich meine, wenn man jetzt diese Lindemann-Diskussion, Diskussion ist ja ein viel zu schönes Wort, also diese Lindemann-Zerfleischungsübungen, wenn man die verfolgt, ist es ja wirklich tatsächlich so, dass es zu keinem Moment um Austausch geht, sondern sein Statement zu setzen, das dann über kurz oder lang natürlich ein gegenteiliges Statement zur Folge hat. Und im besten Fall ist es dann beendet und hat eigentlich niemandem was gebracht und im schlimmsten Fall eskaliert es dann und hat auch niemandem was gebracht. Und keiner geht aus dem Gespräch in Anführungsstrichen, wir sprechen hier ja immer noch über Kommentare, also das sind ja sowieso keine Gespräche im eigentlichen Sinne, also Gespräche in Anführungsstrichen. Also, das beste Gespräch ist ja im Prinzip eines, aus dem ich anders herausgehe, als ich reingegangen bin, weil ich was dazugelernt habe oder weil ich vielleicht meine eigene Meinung korrigiert habe oder weil der andere seine Meinung korrigiert hat oder so. Ich hatte mit einem guten Freund ein Telefonat, das war relativ kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs, also des aktuellen vom 24. Februar und das Telefonat dauerte, ich schätze mal eine Dreiviertelstunde und wir waren komplett unterschiedlicher Ansicht, was die Einordnung dieses Konfliktes angeht. Und das ging so hoch her, dass wir uns, wurde gemerkt am Telefon, dass wir uns teilweise also wirklich hochgeschaukelt haben und wirklich laut geworden sind, beide. Und dem anderen auch vorgeworfen haben, dass er da wirklich kompletten Unsinn erzählt und das versucht haben dann zu untermauern und dann kam ich wieder, dann kam er wieder hin und her, lange Rede, kurzer Sinn. Und am Schluss war es so, dass ich, der ich mich da von vornherein in einer defensiven Position befinde, weil ich, jetzt sprechen wir wieder über eine Minderheit, weil ich zu der Minderheit gehöre, die den Ukraine-Krieg eben nicht einfach so einordnet, wie das Mainstream-mäßig gemacht wird. Mir war halt wichtig, am Ende des Telefonates dann zu fragen, sag mal, habe ich jetzt ein Problem, beziehungsweise hast du jetzt ein Problem mit mir, weil ich so argumentiert habe, wie ich jetzt argumentiert habe. Und ich werde diese Reaktion niemals vergessen, weil die einfach so bemerkenswert war. Er sagte, ey Tom, das war ein hammergeiles Telefonat, das wir gerade geführt haben. Und ich habe erst mal durchgeatmet, weil ich schon, das ist auch irgendwie, also ich war schon so weit irgendwie, okay, wieder einen verloren, so ungefähr. Also ich habe während Corona irgendwie einige Leute verloren und habe dann wirklich schon so frustriert gedacht, okay, jetzt der auch noch, schade, tut weh. Und dann kam diese Reaktion von ihm und wir haben dann später nochmal gesprochen und da hat er mir dann sogar Informationen zukommen lassen, die eigentlich eher meiner Betrachtungsweise zuträglich waren und von der ich überhaupt nichts wusste. Das heißt also, da hat tatsächlich eigentlich, ja, ich denke mal bei uns beiden, weil er durchaus Argumente hatte, die ich dann auch annehmen konnte, bei uns beiden in dieser Dreiviertelstunde eine Entwicklung stattgefunden. Und beide, und das ist das, was ich eben meinte, dass man anders aus dem Gespräch rauskommt, wie man reingegangen ist. Als er sagte, das war ein hammergeiles Gespräch, war das natürlich der Beweis dafür, okay, dieser Mann ist definitiv anders aus dem Gespräch wieder rausgegangen, als er reingegangen ist. Und in meinem Fall war es genauso. Und sowas findet faktisch eigentlich, also in solchen Situationen, Gott sei Dank, aber im gesellschaftlichen Diskurs so nicht statt. Oder irre ich mich da? Nee, das stimmt. Findet nicht statt. Ja, weil einfach die Bereitschaft zu schauen, hat der andere möglicherweise einen Punkt, ja. Ja, und wenn es nur ein kleiner Punkt. Wenn es nur ein kleines Ding ist, wenn es nur eine ganz winzige Winzigkeit ist, die ist einfach nicht mehr da. Eben durch diese Verkürzung, so wie ich das sehe, die Verkürzung, also auch bei so Hashtag-Aktionen, da kannst du das nicht erklären. Ja, dann gibt es ja immer wieder unzählige Trittbrettfahrer, also bei Hashtag-Aufschrei, Hashtag-MeToo und so weiter. Da gab es viele Berichte, wo man dachte, oh wei, das ist mal richtig scheiße, sowas darf nicht vorkommen. Aber auf Twitter kannst du das nicht weiter ausführen, der Tweet ist zu kurz. Und dann gab es etliche, die sich, etliche Trittbrettfahrer, die sich rangehängt haben und gesagt haben, so nach dem Motto, ja, ich wurde in der U-Bahn auch schon mal angeguckt, hier von drei Abteilen weiter. Wo man dann eigentlich nur drunter schreiben kann, ey, wenn dich das stört, bitte steh auf und geh weg. Ja. Also das Leben hat auch ein paar Schwierigkeiten, mit denen man klarkommen muss. Man kann nicht für alles die Gesellschaft verantwortlich machen und sich über alles im Internet ausweinen. Und es gibt einfach auch Probleme, die du hast, die du hast, die musst du selber auch lösen. Da musst du die Arschbacken zusammenkneifen und sagen, so, okay, pass auf, ich will das so nicht. Oder Mansplaining oder so Zeugs, worüber sich da aufgeregt wird, wo du teilweise denkst, ey, bitte, was soll das? Wenn dich einer vollquatscht und dir irgendwas erklärt, was du nicht hören willst, dann sag ihm vielen Dank und geh. Ja, ist doch kein Problem. Mansplaining, also ich glaube, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Mansplaining kennst du nicht? Ja. Ja, es gibt ja Leute, und das ist für mich nicht unbedingt ein geschlechtsspezifisches Ding, die anderen Leuten wahnsinnig gern irgendwas erklären und möglicherweise. Und das ist meistens irgendwas, was du eh schon weißt. Also so Banalitäten, die so vor sich hin labern. Und da gibt es auch so viele Realtalker auf YouTube, die sitzen stundenlang vor ihrem Mikro und erzählen irgendwas, wo du denkst, ja, was willst du eigentlich? Also manche gucken sich das an. Das gibt es natürlich auch im richtigen Leben. So Leute, die dir dann erklären, was ein Fotoapparat ist. Und ich sage so, ja, okay, das wusste ich schon. Also dann kann man einfach auch, da muss ich mir das nicht stundenlang anhören und hinterher Tweets verfassen, wie benachteiligt ich wohl bin, weil mich jetzt hier so ein Typ zwei Stunden lang vollgequatscht hat. Der quatscht mich erst gar nicht zwei Stunden lang voll, weil ich gleich sage, lass mal stecken oder ich gehe dann einfach. Ja gut, da sind, ja, bitte. Und das zieht es dann irgendwie so ins Lächerliche. Weißt du, da sind wir jetzt wieder bei dieser Rucksack-Lena. Ja, ich wollte auch gerade sagen, jetzt sind wir wieder zurück. Weil die damit die Leute, die wirklich ein ernstes Problem haben, komplett lächerlich machen. Du kannst dich dann eigentlich fast nicht mehr ernsthaft äußern, weil du schon weißt, 50 andere sind mit so einem Bullshit um die Ecke gekommen und halten eben ihr Bullshit-Problem für mindestens genauso schwierig oder genauso problematisch und schwerwiegend wie das, was du jetzt gerade hast. Und sie schafft sich natürlich aufgrund dieser ja wirklich komplett absurden Situation, für die es keine Lösung ist, es gibt keinen Ausweg, das haben wir ja nun festgestellt, es gibt nun mal keinen Ausweg, schafft sie sich natürlich auf diese Art und Weise Feinde, die sie sich gar nicht schaffen müsste. Nee, genau. Also die sie gar nicht haben müsste. Also es ist eine völlig absurde Diskussion, die keinen Ausweg, keine Lösung bietet und trotzdem wird das Ganze so wichtig gemacht, gemacht, dass naheliegenderweise Leute wie zum Beispiel auch ich um die Ecke kommen und sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Naja, weil es ja auch lustig ist, also das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja auch, das ist ja schon absurd. Das ist ja vollkommen absurdes Theater und eigentlich, ja, wenn wir wissen, sie will eigentlich von uns nichts, sie will sich eigentlich nur in ihrer Bubble profilieren, na gut, dann kann man sich schon auch als wir drüber lustig machen, sehe ich schon auch so. Also allerdings natürlich nicht mit der Zielsetzung, wir überzeugen dich jetzt von irgendwas. Weil das ist auch so ein Irrtum, den wir die letzten drei Jahre oder den ich beobachtet habe, dass die Nummer, wir halten mal Leuten den Spiegel vor, funktioniert null. Das funktioniert null. Nee, das hast du ja bei alles dicht machen, hast du das so gesehen. Also es funktioniert, die sehen genau da drin eben ihre, ja, ihr verzerrtes, ihre verzerrte Wahrnehmung und fühlen sich im Recht. Also damit erreichst du null, ja, oder wenn Leute so eine Doppelmoral haben und es hat ja jeder eine Doppelmoral und wenn du dann sagst, ey, guck mal hier, da ist deine Doppelmoral, dann ist in den allermeisten Fällen werden die sagen, nein, das stimmt nicht, das ist Falsches, du gehst mir auf den Sack, das ist Polemik, hör auf damit, bla, weißt du, werden das von sich weisen. Und dann weißt du eigentlich, wie der Physiotherapeut, wenn du da draufdrückst und der Patient quiekt, dann musst du da eigentlich weitermachen. Aber wenn du kein Physiotherapeut bist, kannst du es natürlich nicht weitermachen. Das ist dann sozusagen die Denksportaufgabe für denjenigen, der diese Meinung da gerade nicht aushält, die er da gesagt bekommt. Und ich versuche das bei mir immer zu reflektieren, aber ich weiß natürlich, dass ich da auch nur Anfänger bin. Also wenn ich irgendeine Meinung nicht aushalte und denke, oh, scheiße, das tut jetzt weh im Kopf. Ich will das nicht, ich will dem hier auf die Fresse hauen oder so. Das mache ich natürlich nicht, aber dann überlege ich mir einen Moment, was ist da dran. Was nicht in jedem Fall, was nicht immer heißt, das heißt ja überhaupt nicht, der andere hat recht, das heißt es ja gar nicht, sondern das heißt… Das hast du ja vorhin schon gesagt, der andere hat vielleicht einen Punkt. Der hat einen Punkt, das reicht ja schon. Das reicht schon. Aber, und ich weiß auch genau, warum man das so in der Propaganda eigentlich nicht zulassen will, weil wenn du dem anderen erstmal einen Punkt zubilligst, dann kann es natürlich sein, dass du im Zuge dessen denkst, Moment mal, das ist nicht nur ein Punkt, der hat vielleicht sogar mehr Punkte. Vielleicht ist auch nur seine Form, in der er das vorbringt, jetzt mumpelst, aber inhaltlich hat er vielleicht sogar mehr Punkte. Und dann könnte es sein, dass du von deiner festgefahrenen Überzeugung, so und so muss es sein, oder so ist es richtig, dass du davon abrückst und dann irgendwann einen anderen Standpunkt einnimmst, vielleicht nicht unbedingt 100 Prozent den anderen, den gegenüberliegenden, aber doch zumindest den anderen. Dann ist man schon mal ein Schrittchen weiter in Richtung, wir schaffen da einen Ausgleich. Deswegen ist ja die Nummer, er hat einen Punkt, ist für Propagandisten, glaube ich, ein ganz schwieriges Ding. Wenn du erstmal denkst, er hat einen Punkt, dann hat der Propagandist schon ein Stück weit verloren. Ja, 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 jetzt hast du mich sozusagen als Propagandist entlarvt. Aber nein. Doch, doch, ich will das auch begründen. Nein, das gehört jetzt dann auch zur Selbstkritik dazu sozusagen. Ich bin ja nun, ich habe, das sage ich jetzt an der Stelle mal, ich habe eine recht intensive Beziehung zu Russland, weil ich da auch, ich war dort, ich habe dort Freunde und ich habe sozusagen die Gelegenheit bekommen, ein bisschen in die russische Seele reinzuschauen. Ich war auch noch am 9. Mai da, also auch am 8., 9. Mai war ich da. Und also das, das vergisst du dein Leben lang nicht, wenn du da irgendwie den Tag des unsterblichen Regiments irgendwie da mitgelaufen bist. Eine Million Russen, die durch Moskau laufen, das ist einfach Gänsehaut. Und darüber hinaus ist es so, dass ich, ich muss jetzt ein bisschen ausholen tatsächlich, ich will das jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber damit es deutlicher wird. Darüber hinaus ist es so, dass ich in der ganzen Ukraine-Geschichte behaupte, relativ fest im Sattel zu sein. Und darüber hinaus behaupte, dass ich über die Vorgeschichte mehr weiß als viele andere. Und da komme ich aber gleich nochmal drauf zurück. Es gibt auf Facebook einen, ich sage mal Uwe G., wenn er das hört, wird er wissen, dass er gemeint ist, der mir unglaublich auf den Sack geht. Immer wieder. Der aber auf der anderen Seite immer mal wieder eben auch einen Punkt hat. Und inzwischen bin ich dazu übergegangen, wenn er dann den Punkt hat, dann schweige ich. Zunächst war es eher so, dass er dann immer von mir was um die Ohren gehauen bekommt, wie hörig er der westlichen Propaganda ist und dass ich seinen Schwachsinn nicht mehr ertrage irgendwie. Er ist aber gleichzeitig ein unglaublich netter Kerl und auch ein kluger Mensch, der eben einfach logischerweise nicht diese Erfahrung gemacht hat, die ich in Russland gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob er mal in Russland war. Jedenfalls hat er dann häufig Argumente, die eben zuweilen tatsächlich dahin führen, dass ich sage, okay, da hast du jetzt einen Punkt, wenn er dies oder jenes sagt. Und das war für mich eine relativ schwierige Geschichte und ist es eigentlich immer noch, weil er mir teilweise immer noch unglaublich auf den Sack geht und immer noch Dinge raushaut, wo ich so denke, Alter, ist es denn jetzt nicht mal langsam gut damit irgendwie? Das ignoriere ich dann aber mittlerweile und kommentiere es auch nicht mehr oder so, sondern lasse es dann einfach so stehen. Nichtsdestotrotz muss ich dann eben auch einräumen, okay, hier und da hat er einen Punkt und ich glaube oder hoffe, er wird mich korrigieren, wenn ich falsch liege, ich glaube oder hoffe, dass ich ihm das durchaus auch schon mal signalisiert habe. Und wenn nicht, dann sei es jetzt an dieser Stelle hier getan. So viel nur zu den Auseinandersetzungen. Um jetzt aber nochmal auf den Punkt zu kommen, den ich eigentlich meine, ist, glaube ich, der, dass die Diskussionen, so wie wir sie erleben, sich eben auch auf einem erschreckenden Maße an der Oberfläche bewegen. Der Ukraine-Krieg ist für mich da ein wirklich absolutes Paradebeispiel. Die Corona-Politik war auch schon ein gutes Beispiel, aber Ukraine ist noch mehr Paradebeispiel, als man sich das vorstellen kann, weil diejenigen, die argumentieren, wie sie argumentieren, ich sag mal, diese ganzen Kriegstreiber, Leute wie Hofreiter und natürlich Baerbock und Strack-Zimmermann und Röttgen und wie sie alle heißen und auch Lanz im Übrigen, die argumentieren so, als hätte es vor dem 24. Februar 2022 keine Vorgeschichte gegeben. Und das ist natürlich sehr, also dann kann man sich natürlich sehr komfortabel einrichten, weil dann kann man sagen, okay, die Erzählung beginnt mit, die Russen sind eingefallen. Völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Wenn das der Beginn der Geschichte ist, muss man eigentlich zum Schluss kommen, ja, das war's. Also, ne, Russland böse, Ukraine gut, Gutes, so. Wenn man stattdessen aber, sagen wir mal, bis 2014 zurückgeht oder wenn man bis 1989, 90, 91, also Zeit der Wiedervereinigung und des Zusammenbruchs der Sowjetunion, wenn man so weit zurückgeht und sich dann die geopolitischen und auch geostrategischen Entwicklungen anguckt, die in dieser Zeit stattgefunden haben, wenn man sich Analysten anhört, wenn man sich Geheimdienstexperten anhört, Militärs anhört, auch durchaus Politiker anhört, die schon über Jahrzehnte immer wieder gesagt haben, die Ukraine ist ein Problem, das kann wirklich zu einem großen Konflikt führen, wir alle müssen da aufpassen. Dann ist es natürlich schwierig zu sagen, ja gut, am 24. Februar hat das angefangen und vorher gab es keine Geschichte. Wenn man sagt, okay, es gab vorher auch eine Geschichte, ist es sehr viel schwieriger, dieses komplexe Thema zu behandeln und zu bearbeiten. Aber, und jetzt schließe ich mit meinem monologischen Blog, aber es ist dann eben auch so, dass man sich mit dieser Thematik so auseinandersetzen muss, dass es auch irgendwie anstrengend ist. Ja, ganz genau. Und ganz interessant ist dabei, gerade dabei, dass da immer von den Propagandisten, von vielen, also pro Krieg und pro Ukraine, dieser Vergleich gebracht wurde, eigentlich auch aus dem postmodernen, querfeministischen, in Anführungszeichen, sage ich mal, Woken-Dunstkreis. Und zwar der Vergleich, was würdest du denn machen, wenn eine Frau im Park vergewaltigt wird? Da muss die sich doch wehren dürfen. Ja, das hatte ich schon, als ich Kriegsdienst versweigert habe. Und das ist nämlich so eine ganz schlichte Argumentation, die dort quasi richtig gelernt ist. Also da ist total gelernt, dass wenn die Frau vergewaltigt wird im Park, dann muss sie sich verteidigen. Ich habe dann da immer drunter geschrieben, naja, aber ich meine, da würde ich die Polizei holen, aber ich rolle ihr jetzt ganz bestimmt nicht eine Dose Tränengas hin, wo nur noch ein bisschen was drin ist. Ja, was soll denn das? Aber das ist so diese Schuldfrage, dass die Schuldfrage, also wer ist schuld? Dass die Frage Schuld und Verantwortung in eins gemischt wird und nur noch die Schuld dasteht. Und die Schuld hat dann immer derjenige, der da angreift. Und da würde man ja jetzt im Falle dieses Vergewaltigungsgleichnisses auch nichts anderes sagen können. Du kannst nicht sagen, naja, Moment mal, aber die Frau ist doch da langgelaufen, die ist doch dann auch schuld, warum ist sie denn da langgelaufen? Ja, es hat auch noch geile Klamotten getragen. Hat auch noch Klamotten an, weil wir uns ja alle einig sind, so sage ich mal in Anführungszeichen, dass Frauen anziehen können, was sie wollen und sie müssen theoretisch auch nachts durch den Park gehen können, ohne dort weggefangen zu werden. In der Praxis sieht es anders aus, weiß man, aber das steht so im Raum als gesetzt. Und da war dann auch, als ich diese Vergleiche am Anfang gehört habe, war mir schon völlig klar, dass diese gesamte Woke-Generation darauf anspringen wird und dann wird da auch überhaupt nicht mehr nachgefragt. Dann ist völlig klar, okay, der Vergewaltigungsvergleich und wir müssen Waffen liefern. Da ging die Logik sofort hin, ohne weitere Zwischentöne und ohne weitere Nachfrage. Und für mich ist ja dieser Konflikt eigentlich, ohne dass ich mich wirklich mit der Tagespolitik, was die Ukraine betrifft, wirklich eingehend oder länger befasst habe im Laufe der Zeit, war für mich immer klar, dass es einen Ost-West-Konflikt gibt und dass es einen USA-Russland-Konflikt gibt, auch noch zu Zeiten der Sowjetunion. Das war für mich immer völlig klar. Also, dass die immer dastehen und wollen Russland am Zeug flicken, das war für mich immer klar, dass die einfach eigentlich auf die Gelegenheit warten. Ja. Und dann dachte ich mir so, als dann der Ostblock zusammengebrochen ist, klar dachte man sich, ja, was wird jetzt daraus? Wird das jetzt irgendwie, löst sich das auf? Weil wir anfangs immer noch, wurde es ja auch so erzählt, als Systemkonflikt. Und dann wurde aber langsam klar, nach 89 im Laufe der Zeit, es ist überhaupt kein Systemkonflikt, es geht nicht ums System. Also, in Russland könnte, es ist scheißegal, was die für ein System haben, es geht um Russland als solches. Ja, ich meine, gut, da würde ich jetzt nicht zu tief drauf einsteigen, obwohl du natürlich absolut recht hast. Abgesehen davon, Russland war natürlich zu Beginn seiner Existenz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion absolut kaputt, runtergewirtschaftet und militärisch eben auch völlig wehr- und ahnungslos. Und dementsprechend war natürlich auch die NATO-Ausdehnung Richtung Osten im Prinzip ein Kinderspiel. Und im Laufe der Jahre und Jahrzehnte hat sich Russland aber dann eben militärisch neu aufgestellt. Und das hat dazu geführt, dass sie jetzt eben diesen Ukraine-Krieg führen können, eben nicht mit marodem Gerät aus dem Jahre 27 bis 29, sondern eben deutlich besser. Und das war natürlich auch eine Entwicklung, die eigentlich so kommen musste. Also letztlich hat die NATO, die NATO braucht ja auch ihre Existenzberechtigung. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Und wie will ein Verteidigungsbündnis, ein sogenanntes, seine Existenzberechtigung haben, wenn es nichts zu verteidigen gibt? Scheiße! Ich meine, Russland hatte ja sogar Interesse angemeldet, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber das war so irgendwie in den 90ern, glaube ich, selbst NATO-Mitglied zu werden. Und das passte natürlich überhaupt nicht. Ich meine, was macht man denn dann? Also das ist ja der Feind schlechthin und das geht ja nicht. Und ja, dessen wurde eben die Schwächung, die politische und auch die militärische Schwächung Russlands, dann eben ab den 90er Jahren gnadenlos vom Westen und von der NATO ausgenutzt. Und die Ausdehnung Richtung Osten konnte relativ problemlos eben funktionieren. Und diese Zeiten sind vorbei. Und das muss sich der Westen und die NATO natürlich, oder müssen sich der Westen und die NATO natürlich langsam mal klar machen. Und ich glaube, sie sind da wirklich eigentlich auf beiden Augen blind. Aber ich wollte noch was anderes, weil du hast gerade von dem Vergleich mit der Vergewaltigung gesprochen. Das ist jetzt dünnes Eis, auf das ich mich begebe. Aber man könnte natürlich jetzt, ich spreche mal nicht von mir, sondern ich, Mann, jemand könnte natürlich jetzt auch sagen, da ist man safe eigentlich, wenn man es nicht selbst sagt. Jemand könnte jetzt natürlich auch sagen, naja, die Geschichte dieser Vergewaltigung, die fing ja nicht mit der Vergewaltigung an. Ja klar. So wie der Ukraine-Konflikt ja auch nicht mit der Ukraine anfing, sondern diese Geschichte hat ja, diese Vergewaltigung hat eine Vorgeschichte. Und jetzt nicht, dass die Frau irgendwie einen kurzen Rock anhat oder alleine durch den Wald geht oder so, sondern nehmen wir mal an, der Täter wurde als Kind selbst sexuell missbraucht. Ja, das ist eben das heiße Eisen. Das ist das heiße Eisen, genau. Das ist genau das dünne Eis, warum dieser Vergleich eben auch nicht geht. Weil weder eine Frau allein im Wald mit irgendeinem Sittenstrolch hinterm Busch, noch eine Frau, die jetzt, sagen wir mal, in der Ehe möglicherweise häusliche Gewalt erlebt oder oder, das ist alles keine Geopolitik, sondern das ist alles was völlig anderes. Mir geht es auch nur um... Und dieser Vergleich geht gar nicht. Der wird nur hergenommen, weil er so billig ist. Und weil er, das ist dieser Gurtvergleich, wie der Vergleich Sicherheitsgurt mit Impfung. Weißt du? Ja. Wo du eigentlich was hast, was völlig außer Frage steht. Also der, natürlich ist klar, dass ein Sicherheitsgurt im Auto bei Aufprall schützt. Da hat man schon tausend Aufnahmen gesehen von Crash-Tests und so weiter, steht völlig außer Frage. So, und weil das so außer Frage steht, wird das als Vergleich hergenommen. Und genauso steht diskursiv außer Frage, dass man eine Frau nicht vergewaltigen darf. Genau. Und deswegen nimmt man diesen Vergleich her. Man hätte genauso gut sagen können, darf man einem Kind mit einem Baseballschläger über den Kopf hauen. Nein, darf man nicht. Punkt. Aber trotzdem nochmal, worauf ich hinaus wollte. Worauf ich hinaus wollte, ist ja das, dass man den Angriffskrieg, genauso wie die Vergewaltigung, verurteilt. Punkt. Wenn man aber beim Angriffskrieg zurückblickt auf die Entwicklung, die ich ja kurz eben ein bisschen oberpflichtig oder auf die Schnelle skizziert habe, dann kommt man auf die Idee, im besten Fall, im vernünftigsten Fall kommt man dann auf die Idee, okay, dieser Angriffskrieg ist falsch nach wie vor, völkerrechtswidrig, gibt es überhaupt keine Debatte. Aber auf der anderen Seite hätte er womöglich schon verhindert werden können. Und wenn man dann darüber hinaus jetzt auch das berücksichtigen, was ich jetzt eben in der Rückschau erzählt habe, wenn man dann sagt, man muss schon verstehen, dass Russland sich in seinen Sicherheitsinteressen angegriffen fühlt, dann heißt das ja nicht, dass man Verständnis für den Angriffskrieg hat. Ja, ganz genau. Besser kann ich der Komplexität einer solchen Situation, ob jetzt Vergewaltigung oder Krieg, das sind ja beides sehr komplexe Situationen im Prinzip, desto besser kann ich der Komplexität eben gerecht werden. Und unser Problem ist natürlich, dass das Verstehen und Verständnis ja immer gleichgesetzt wird. Das sind keine Synonyme. Das ist einfach ein grundunterschiedliches Ding von vornherein. Und jetzt sind wir auch wieder zurück bei Lena und auch bei Wokeness und auch bei der allgemeinen Debattenkultur. Das ist eben der Punkt. Je kürzer die Geschichten erzählt werden, desto einfacher ist es, vermeintliche Lösungen zu finden. Bei Lena jetzt nicht. Aber du hast ja auch schon für mich schlüssig argumentiert, dass es ja auch nicht um eine Lösung geht, sondern dass es um Aufmerksamkeit geht, um Opfergebaren und so weiter. Und letztlich eben schlechtes Gewissen dieses ganze toxische Paket sozusagen. Also auf Lena bezogen. Aber insgesamt ist es schon so, dass die Geschichten so einfach und so kurz wie möglich sein sollen. Und ich weiß nicht, in wie vielen Talkshows ich gehört habe, wir müssen das siebte, achte Sanktionspaket gegen Russland verhängen. Und dann sagt irgendjemand, ja, aber das bringt doch nichts. Die haben doch alle nichts gebracht. Die bringen uns doch nur Nachteile. Und dann kommt als Gegenargument, und da kann ich mir immer wirklich nur die Haare raufen, hätte ich denn noch welche. Da kommt als Gegenargument, ja, aber sollen wir Russland einfach so weitermachen lassen? Ja, ja, genau. Das heißt also, wir schaden uns zwar selbst, aber das ist schon in Ordnung, denn es ist besser, dass wir uns selbst schaden, als wenn wir Russland so weitermachen lassen, wo ich mir so denke, was ist denn das? Und dann ist das in diesem ganzen diskursiven Wahnsinn, kommt ja eben dazu, weil es so verkürzt ist, dass du, wenn du irgendwas sagst, das und das geht nicht, dann wird gesagt, ja, aber das Gegenteil geht auch nicht. Ja, genau. Also du hast, weißt du, das ist so richtig Diskussion aus dem Gully. Also da kommt nichts mehr. Und da merkst du eben, also bei komplett infantil und Lena mit ihrem Rucksack ist im Grunde, sie macht das, um bei ihren Peers, also in ihrer Bubble natürlich Zustimmung zu generieren. Und auch Leute, die, die das jetzt geil finden, wie sie sich da aufführt. Also es geht auch oft oder viel darum, sozusagen Leute für diese Seite zu rekrutieren. So wie ich das beobachte. Weil je großspuriger und je lauter und je provokanter du dich aufführst, also wenn man da sich aufführt wie so ein Hooligan, ist scheißegal zu welchem Thema, weil sie fühlt sich ja auch so auf wie ein Hooligan. Dann findest du immer Leute, die dem zustimmen oder die das irgendwie geil finden oder frech oder sonst was. Und das ist eben auch so ein Ding. Es geht darum, in der eigenen Blase Zustimmung zu generieren und die eigene Blase auch zu vergrößern. Da immer mehr so Hooligans dazu zu bekommen, dass das immer größer wird. Das war bei der Ukraine genauso. Das war auch so eine Nummer. Also die Leute, die da, die dann auf der Straße stehen und irgendwas grölen, da musst du ja auch nicht denken. Da kannst du dich einfach hinstellen und grölen und darum geht das dann. So scheint das auszuschauen. Und wenn du mit irgendeinem Argument kommst, das ist ja immer dieses typische Argument, wenn man sagt, ja, Kapitalismus ist jetzt vielleicht nicht der Shit, es könnte, und da hast du den Satz noch nicht zu Ende gesagt, dann sagt man, ja, Sozialismus geht aber auch nicht. Du willst doch jetzt nicht etwa Sozialismus. Und da kannst du diskutieren, wo du willst. Es kommt überall. Wenn ich sage, die Maßnahmen waren scheiße, ja, willst du etwa keine Maßnahmen? Und da sind wir an so einem primitiven, da sind wir auch so einem primitiven Level angekommen, wo ich auf mich jeden Tag frage, wie wir da wieder rauskommen, weil irgendwie. Ja, ich glaube tatsächlich, wir kommen da nicht mehr raus. Tut mir leid, aber ich bin da absolut, ich bin da absolut hoffnungsfrei inzwischen, weil du gerade so schöne Beispiele gebracht hast. Schön finde ich auch immer, dass irgendwie, ach, ganz übel, ich habe Corona gekriegt, war ganz schön heftig. Eine Woche lag ich flach, da mit Fieber und allem drum und dran, Schüttelfrost und ich weiß nicht, was alles irgendwie, alter, aber ich war dreimal geimpft. Oder? Gott sei Dank, sonst wäre das ja übel geworden. Wo ich dann immer denke, Leute, 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 hört euch doch mal zu, drückt doch mal irgendwo einen Aufnahmeknopf. Hört euch mal zu und hört es euch später nochmal an, was sie da irgendwie rausgehauen, aber das machen ja die wenigsten. Und selbst wenn sie es machen, sind sie wahrscheinlich immer noch der Meinung, dass es irgendwie in Ordnung ist oder so. Also klar, das ist eben auch das Einfache an der simplen Geschichte, dass du natürlich auch simpel argumentieren kannst. Genau. Beziehungsweise du musst sogar simpel argumentieren, wenn du anfängst komplexer und komplizierter und umfassender zu argumentieren, dann versteht das ja keine Sau mehr, weil die Geschichte ist ja viel zu kurz dafür. Naja, genau. Jetzt erzählst du eine Geschichte in zwei Minuten und dann willst du darüber zehn Minuten diskutieren und Aspekte mit reinbringen, die in den zwei Minuten Geschichte ja gar nicht vorkommen. Das funktioniert doch nicht. Naja, kannst du gar nicht. Und da kommen wir nicht mehr raus. Ich sag, da kommen wir nicht mehr raus. Also wenn wir, ich glaube, wenn wir aus den Alternativen... Willst du mir da nicht widersprechen? Ne, doch, du hast ja völlig recht. Also ich sehe das auch so und ich sehe auch einen großen, ich sehe da tatsächlich in diesen sozialen Medien, die das so verkürzen, ein großes Problem, weil du eben nicht mal, nicht nur, dass du wenig langst, schreiben kannst. Man ist ja auch überhaupt nicht mehr im Denken drin, jetzt Dinge auszuführen, sondern im Grunde, wenn du ein großes Thema hast, willst du einen Tweet draus machen, dann bist du ja dabei, das runterzudampfen, dass es möglichst so ein Kalenderspruch wird. Ja, ja. Und die Antworten sind dann ähnlich. Da kommt dann auch nur irgendwie so relativ dummes, klumpes Zeug, wo es sich nicht drauf lohnt zu antworten. Andererseits auch, wenn man in Chats ist, ist im Grunde das Gleiche. Wenn fünf Leute in einer Gruppe oder so gleichzeitig schreiben, du kannst dich nicht mehr austauschen. Weil, wenn du was Längeres schreiben willst, dann sind die anderen schon beim anderen Thema. Ja, absolut. Das ist, ja. Also das habe ich mir komplett abgewöhnt. Das mache ich nicht mehr. Genau. Also das ist sogar zu zweit, das ist schon teilweise schwierig. Und wenn du dann drei oder vier, fünf Leute hast oder so und du schreibst tatsächlich mal einen Gedanken, der etwas länger dauert, dann sind die anderen schon drei Themen weiter. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann ist eben auch bei vielen oft, ist auch die Bereitschaft nicht da zu schauen, was meint denn der andere jetzt wirklich. Also diese Nummer, dass man mal sagt, okay, ich lese das nicht nur und fälle sofort darüber mein Urteil in aller Kürze und hacke sofort was in die Tastatur, weil sonst der Chat weiterläuft, sondern ich denke erstmal, was meint denn der da? Was könnte denn da gemeint sein? Deswegen sind Telefonate so eine schöne Sache. Ja, genau. Oder echte Gespräche oder eben auch Podcasts. Ja, da hörst du ja die Stimme dazu. Da sind wir völlig von weg. Am Anfang vom Internet hat man das ja noch teilweise diskutiert, dass so viel wegfällt. Die Mimik, die Gestik, der Körper, das ganze Nonverbale fällt weg. Und jetzt hast du da so ein paar dürre Worte, so einen Satz, den liest du mit deiner eigenen Stimme, deinem eigenen Tonfall. Das ist aber nicht der Tonfall des anderen, völlig klar. Und das verkürzt so und das macht die Sache so dumm und primitiv und auf so eine Art schlicht und simpel. So simpel ist die Welt ja nicht. Das spiegelt sich so alles wieder in all diesen Diskursen, die wir haben, dass es so simpel wird und so low irgendwo. Das Niveau geflöten, das ist richtig traurig. Ich weiß nicht, wie wir da rauskommen. Keine Ahnung. Ja, dazu nochmal kurz Lena, aber nicht diese Lena, sondern Annalena. Denn bei der, finde ich, fällt es extrem auf, dass sie eigentlich keine andere Wahl hat, als gewissermaßen in Tweets zu denken. Ja. Weil sie wirklich intellektuell überfordert ist. Ja. Ich habe da gerade, vorhin habe ich mit meiner Frau gesprochen, da ging es darum, dass ich, glaube ich, auf Facebook vor kurzem so einen kleinen, ganz kurzen Ausschnitt von Helmut Schmidt bei Maischberger, glaube ich, gesehen habe. Und ich kann es jetzt aus dem Erinnerungsprotokoll, ich glaube, es ging darum, irgendwie China Todesstrafe oder irgendwie sowas. Also schon drastisch. Und Maischberger dann wohl irgendwie zu Helmut Schmidt sagte, ja, aber das ist doch schrecklich, was machen wir denn da jetzt? Und Helmut Schmidt sagte, ja, gar nichts. Ja, klar. Aber wirklich bei jedem Auslandsbesuch immer wieder ins Klo greift, gegen die Wand fährt, ins Fettnipfchen tritt. Sie kann es nicht anders. Sie kann es einfach nicht besser. Da fehlt genau das, was so generell fehlt. Das Verständnis für den anderen, auf ihn zugehen, zu schauen, was kann er denn meinen? Muss ich den jetzt dominieren mit meinem Moralgedöns? Und man sieht das bei allen. Siehst du ja, wenn Ricarda Lang da auf der Bühne vom Parteitag oder wenn sie eine Rede hält, da kommen doch nur Phrasen. Da ist doch nichts von Gehalt. Da denkst du, die liest die Überschriften von so einer Wandzeitung vor. Na ja, ist doch. Und immer das Gleiche. Also völlig wohl. Also wir hatten im Zusammenhang mit Baerbock dann auch noch darüber gesprochen, von wegen, ich meine, Außenministerium. Also sie wollte ja ursprünglich Kanzlerin werden. Und das hat ja nun mal nicht geklappt, wie wir wissen. Und letztlich lief es dann darauf hinaus, ja Gott, dann nehme ich halt das Außenministerium. Und ich habe dann mal so zurückgedacht an Guido Westerwelle. Der war ja nun auch mal Außenminister. Und der hat meiner Meinung nach, ohne ihn jetzt verklären zu wollen, also Westerwelle hatte schon einiges, was kritikwürdig ist, aber der hat meiner Meinung nach sich in die Diplomatie überhaupt erstmal zumindest reingearbeitet. Und versucht auch wirklich ein geopolitisches Gespür zu bekommen, soweit das ihm eben möglich war. Und das hat er für mein Gefühl, hat er das teilweise wirklich, wirklich gut gemacht. Und das liegt für mich auch eben, das ist meine Interpretation, liegt das eben auch daran, dass er nicht gesagt hat, ja Gott, dann nehme ich halt den Außenminister, sondern dass er gewissermaßen stolz und geehrt war, jetzt das Außenministerium führen zu können. Und Deutschland im Ausland repräsentieren zu können und dass es ihm wichtig war, dass er das wirklich so gut und, das ist der Punkt, so diplomatisch wie möglich macht. Und sich nicht in Südamerika hinstellt, in Brasilien glaube ich war das jetzt und Wiener Baerbock dann sagt irgendwie, ja ich weiß, dass einige von Ihnen wahrscheinlich nicht mal wissen, wo die Ukraine liegt. Ich meine, also entschuldige, also das kannst du doch nicht bringen. Oder in Südafrika darüber spricht irgendwie, ob man die Klos jetzt besser im oder außerhalb des Dorfes aufbaut oder so. Also abgesehen davon, dass es natürlich Rassismus ist, es ist natürlich eine Herablassung und es ist eben, und das schwebt bei Baerbock eben über allem, es ist eine grenzenlose intellektuelle Übersichtlichkeit. Und damit kannst du nichts, damit kannst du nichts gewinnen und damit kannst du auch, also Deutschland war in der Welt als Land mit großen Diplomaten wirklich mal bekannt, berühmt und beliebt. Und die Zeiten sind aber sowas von vorbei, wenn die Chinesen auf der Straße sich begegnen und schlechte Laune haben und sich irgendwie gegenseitig aufbauen wollen, dann sagt einer zum anderen 360 Grad oder hunderttausende Kilometer, dann lachen die sich einen Ast. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Naja klar, aber sie kann da eben auch nicht aus der Haut raus, ihrer Partei, aus dieser Hybris. Und da muss man sagen, vielleicht ist es auch einfach so ein FDP-Ding, weil die FDP ist ja auch, sagen wir mal, wenn man es schön ausdrücken möchte, ist sie auch diplomatisch. Also sie können im Grunde fast mit jedem koalieren. Und das ist natürlich auch, ich meine das jetzt überhaupt nicht zynisch, sondern das ist auch eine Kunst, dass du mit jedem reden kannst, mit jedem dich irgendwie einigen kannst und irgendwie einen Kompromiss finden und sagen, ja komm, ja dann machen wir eben, regieren wir eben so, regieren wir eben so. Die Grünen können das nicht. Die haben ihre Agenda, die haben ihre Ideologie. Und das müssen sie jetzt überall hintragen und so treten sie dann eben auch auf. Ja, also die Grünen sind Ideologie geleitet, die FDP Interessen geleitet, so würde ich es mal sagen. Ja genau. Weil im Zweifel, wenn es darum geht, irgendwie, ich meine, sie kratzen ja auch immer so an der 5%-Hürde und von daher ist es natürlich auch mehr oder weniger ein Existenzkampf der FDP. Aber wenn sie die Chance haben, 0,5%-Punkte nach oben irgendwie hinzuzugewinnen, dann kennen sie keine Verwandten, dann schießen sie wild um sich. Also, aber du hast trotzdem recht, natürlich, klar, also sie ist, die FDP ist eine Partei, man könnte auch sagen, ihr Fähnchen im Wind haltend, man könnte aber auch sagen, so diplomatisch, dass sie in allen möglichen Konstellationen durchaus mitregieren kann. Wenn wir jetzt mal die Ampel ausklammern, weil die Ampel ist natürlich eine Katastrophe, also inklusive der FDP. Aber wenn man das jetzt mal hübsch ausdrücken will, dann ist doch die FDP die längste Zeit überhaupt als Partei im Bundestag, das muss sie ja irgendwie geschafft haben. Und das hat sie sicherlich nicht dadurch geschafft, dass sie einen einzigen Standpunkt immer weiter vertreten hat, sondern dadurch, dass sie eben flexibel war. Doch, doch, klar, auf jeden Fall. Also, man könnte über die FDP eine eigene Sendung machen und dann würde man natürlich dann auch in die Gefilde vordringen, aus welcher Motivation sie das oder jenes heraus tut und einzelne Persönlichkeiten und so. Und wie gesagt, es ist eine Partei der Interessen, nicht nur der Interessen der Unternehmer, also sie ist auch keine liberale Partei mehr, wie sie es ja früher tatsächlich mal war, sondern es ist eine reine Unternehmerpartei und sie ist komplett interessengeleitet. Aber nichtsdestotrotz stimmt trotzdem, was du sagst, sie ist eben auch eine Partei, die die Diplomatie innenpolitisch so gut versteht, dass eigentlich jede andere Partei, die sie zum Juniorpartner bekommen kann, sie auch gerne als Juniorpartner nimmt. Und weil ganz pragmatisch gesehen, ja gut, mit denen kann man Politik machen irgendwie. Also, mal gewinnt man, mal verliert man, aber so insgesamt klappt es ganz gut und mit den Grünen geht das tatsächlich nicht. Ja, kleiner Spoiler, ich mache mit Gerd Ewen Unger dem nächsten Podcast zum Thema Gesinnungsethik und Verantwortungsethik, das ist aber nur mal am Rande. Das ist jetzt der zweite Werbeblock des heutigen Tages. Achso, das ist sicher spannend. Ja. Das ist spannend. Ja, Gerd ist Philosoph, hat Philosophie studiert, also ich bin da ein kleines Licht, aber ich werde versuchen irgendwie mitzuhalten und Gerd wird da sicherlich sehr, sehr interessante Dinge zu sagen haben. Ja, Anke, das war jetzt, das war unser erster Zweier, ne? Ja. War schön, oder? Ja, super. Wie war ich? Ich muss erstmal eine rauchen, nee, rauche ich gar nicht. Du, ich bin müde. Ja, ich habe mal tatsächlich, um jetzt, kommen wir ja dabei, ich habe mein Pulver verschossen. Also, hast du noch was? Nee. Nee. Du hast alles. Also, wir sind ja durch, oder? Ja, ich glaube, wir sind durch. Wir könnten natürlich jetzt nochmal, um irgendwie den Anschein der Kausalität zu wahren, könnten wir jetzt versuchen nochmal über Rucksack-Lena zu sprechen, aber ich glaube, im Prinzip müssen wir das nicht, oder? Nein, würde der Rucksack-Lena, falls sie das jetzt hört, einfach sagen, weißt du, Lena, ey, kauf dir ein bisschen was zu essen, so, steck dir eine Flasche Wasser in den Rucksack und dann aufhielt es einfach, weißt du, und kannst sogar in die Pilze gehen, da gibt es so ein paar Pilze schon im Sommer. Ja. Ja, also von daher immer los, weißt du. Ja, ich glaube nicht, dass sie uns hört, weil über eine Stunde in der Zeit kann sie ja an 2000er erklimmen im Prinzip, da hat sie Besseres zu tun. Ja, stimmt. Also sie kann es ja im Schnelldurchlauf hören, aber. Ja, stimmt. Nimm deinen Rucksack einfach und geh in die Berge, weißt du, und kleiner Tipp dazu, Lena, geh in die, bitte geh in die Berge. Und schnapp dir einen Kumpel, wenn es dir besser damit geht und such dir den schwärzesten raus, den du hast in deinem Umfeld. Oh, nee, das hätte ich auch schon. Nee, das darfst du nicht sagen. Das darf ich nicht, ne? Das darf ich nicht. Weil, weißt du, ich gehe ja zum Beispiel auch mehrmals die Woche zum Sport ins Fitness und ich gehe da immer in den Handelraum. Und da bin ich auch mal gefragt von einer Frau irgendwie so, ach, du gehst in den Handelraum, fühlst du dich da nicht unwohl? Das sind doch lauter Männer. Und ich so, hä? Wieso soll ich mich denn da unwohl fühlen? Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Ist ja jetzt auch nicht so schlecht, wenn er mit Handel oder so. Ja, und sie sagte, nee, also ich will lieber zum Frauenfitness. Und da habe ich dann so gesagt, nee, da ist doch kein Handelraum oder, nee. Dann dachte ich mir, ja. Und so beim Näheren hin und her überlegen, als ich noch so ein bisschen unsportlich war, ja klar, da fühlst du dich ja eh im Fitnessstudio ein bisschen doof und denkst dir, ja, was mache ich hier eigentlich? Alle gucken, das guckt natürlich keiner. Gucken mal kurz und denken, ja, ja, irgendwie eine unsportliche Wurst. Und dann trainierst du da einfach. Also es interessiert einfach keinen. Und dann ist es einfach dein eigenes Ding, ob du jetzt sagst, ich gehöre hierher, ich trainiere jetzt hier einfach. Oder ob du sagst, ach nee, ich fühle mich hier unwohl. Ich kann eigentlich erst ins Fitnessstudio gehen, wenn ich so gebaut bin wie Tarzan oder Bruce Lee. Ja, so läuft es ja nicht, weil die sind ja am Anfang auch nicht so gebaut gewesen. Du musst schon hingehen. Ja, Anke, es war schön mit dir. Und jetzt aber mal ganz im Ernst, ohne Witz. Also wir haben jetzt ja auch Witze gemacht. Nein, also es war wirklich großartig. Und ich möchte nochmal sagen, dass ich froh bin, dass du bei uns im Team gelandet bist und nicht nur Gast bist, sondern fester Bestandteil. Ich finde, das ist ein wahnsinniger Gewinn. Und du hast es ja wahrscheinlich gelesen. Viele, viele Kommentatoren haben das ja auch schon festgestellt. Ohne dich können sie sich das eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ich lese keine Kommentare, ich lese keine Kommentare. Achso, ja, ich habe dir ja ein paar geschickt. Das gefiel dir auch nicht, aber das waren die schönsten. Und da dachte ich mir, nee, da muss Anke jetzt durch. Also, ja. Doch, die waren lustig. Also die Vorauswahl, die war okay. Ja, genau. Okay. Ja, liebe Zuhörer, wir bedanken uns fürs Zuhören. Und zwar offensichtlich bis zum Schluss. Wir werden es dann in den Kommentaren feststellen. Anke, vielen Dank. Dir noch einen schönen Abend. Dir auch. Und nach draußen. Tschüss und bis bald. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017